Hallo, mein Name ist John Humari, ich bin Profifußballer, aktuell spiele ich in der 1. Liga beim Sivaspor, türkischen Erstligisten. Davor habe ich beim FSV Frankfurt gespielt und ich bin aktueller Nationalspieler vom Libanon. Ich hatte mal ein Problem am linken Bein und da bräuchte ich Hilfe. Und dann hat mir einer den Omerowitsch angeboten und durch Telefon habe ich ihn angerufen und dann hat er mir halt durch Telefon gesagt, was ich machen sollte und dann hat das halt funktioniert und ich habe mich besser gefühlt. Und das ist kein Witz gewesen, das war echt so, dass es dann alles viel besser wurde. Und ja, vielen Dank nochmal und alles Gute.